Du bist ja selber ne Kuh, ne? Mhahaha! Nein! Ne, warte mal! Wie heißt das hier? Ein Rind bist du denn ja, ne? Ah, Rindfähig! Weißt du, das männliche Gegenteil von ne Kuh? Ist so ein Rind, oder? Oh, du weißt das Kind Kalb heißt? Jaja... Die Frau heißt Kuh? Geben Sie Flugabwehr vorher! Ich glaub das, der männliche ist doch Rind! Keine Ahnung, ich bin kein Bauer! Die sind alle um uns rum los! Doch, ich glaub das muss Rind sein! Naja, es müssen Rinder sein! Naja, Rind, also Mehrzahl sind Rinder! Ja, es sind Rind! Kein Reh ein Rind! Ja... Ja genau, Deutschland, das sind Rinder! Genau, ich wusste es doch! Auch so ein Rindvieh! Und so ein Büffel! Ja, die Bullen! Genau! Das ist... Du Büffel! Ah, ne... Da kann ich sie das drauf machen! Puffalo? Ja... Auf die Puffalo! Auf die Puffalo! Puffalo! Deutschland sagt gerade Bullen! Ey, das sind Puffalo! Ja! Alles klar hab ich schonmal! Wir haben hier... Ach, Yamato war ja klar! Das war der Karma! Naja, das ging auch Karma! Mhm... Und noch ein Buffalo! Wie viele Buffalo's haben die hier? Ah, zwei Stück! Alles klar! Und noch ein paar Puffalo! Alle meine! Ja! Ja! An die Puffalo! Feuer auf das Ziel konzentrieren! Äh! Nein! Ich brauch sie das! auch mit der dk kann ich sie das machen na die andere boffalo die verpisst sich hinterm berg die ging nicht rein oh die andere die fährt verdammt gut friss das hier kreis sie das knack sie weg kommen und erst alles an dem wahl klar das ist dank gesteuerte kacke jetzt dreht jetzt hier auch noch ein kommen leid nach baby aber ich war von der scheiße ach du kackt die andere fette um die ecke rum eine haus wieder ab und noch eine kuh bachkuh lecker ja nochmals die da gemacht und die baffer ja geht doch die eine haut das ab glaube ich habe keinen bock mehr eine eigentlich hier brauchen wir noch äh weiß ich nicht philis ich glaub du bist offen ne 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 meine antwort ich habe gebraten ich habe ich habe welche die eine hinter mir um ja ich dachte ich habe so schnell rausgeholt hihihi 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 Michael Hihihi 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 Und das komische ist, er gibt erst Milch, wenn er irgendein Foto sieht. Also jetzt wird er wohl also echt kriminell hier. Ein abprallerscheiß. Musst du nicht jetzt sagen, schick das Arbeitsamt? Nein, nein, nein. Ich sag dazu nichts. Das ist euer Privatleben, was du mit Mike machst. Von mir aus könnt ihr euch gegen so viel melken, wie ihr wollt. Fäck ihn doch nur alles Quartal mal. Ach du Kacke, ach du Kacke, ach du Kacke. Ja, mein selber, ah scheiße, ich hab mal hier aufgespart, das ist dieselbe. Före, Alam! 9. 10. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 20. 20. 21. 22. 22. 23. Ich ahne es aber, ich bin gleich tot Ach, die Kreml ist er ja auch noch, ach Ja, und das war meine Sita Ja, ich bin tot Das war die Kremlin, die hab mich rausgeholt Ja, war echt der Deutschland, ne, also der Felix, der milkt auch alles hier, du Das ist alles nur reine Kühe, nur reine Mikes Ja, ich bin tot